Wenn ich mal einen Freund habe, dann bestimmt nicht so einen. Du bist ja noch grün hinter den Ohren. Ich habe ein Dutzend Verehrer. Und nun die Vorstellung der ersehnten Freundin, um meine Fantasie noch zu steigern, will ich dieses Tagebuch die Freundin selbst einlassen. Alles Gute zum Geburtstag. Es ist für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, dass ich noch nie geschrieben habe, sondern ich denke auch, dass sich später keiner, weder ich noch irgendein anderer, sich für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird. Nicht nur, es ist für mich zu sagen, ich danke dir vergessen. Also Questions-cket. von Zäh Egypt von sich